Allee, 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 Allee Allee, v.a. Alix von 99.000, v.a. Alix von 99.000, v.a. Servus zu 1889 FM, dem SSV-Jahren Fan-Podcast. DFB-Pokal, erste Runde, steht bald an und deswegen eine minimale Sonderfolge. bei mir zu Gast, der Max von dem Podcast Immer Wieder VfL. Da gibt es dann auch eine Folge von mir bei ihm zu Gast. In den Shownotes verlinke ich den Podcast. Gerne reinhören. Und Servus Max. Schön, dass du Zeit hast. Vielleicht stellst du dich auch mal kurz vor. Ja, erstmal schön, dass ich hier sein darf. Ich bin Max, wie du gerade schon gesagt hast, vom Podcast Immer Wieder VfL. Unseren Podcast gibt es jetzt auch schon ein paar Jährchen. Aber ich bin tatsächlich erst seit Anfang des Jahres dabei. Und ja, was soll man da viel sagen, ne? Ich habe Bock auf das Spiel und deswegen freue ich mich auch hier sein zu dürfen und auch ein bisschen über den VfL quatschen zu dürfen. Seit wann bist du VfL-Fan? Boah, ich weiß es nicht. Also ich müsste eigentlich seit Geburt an sein. Also meine Familie ist komplett VfL-Fan. Ich kann mich nur daran erinnern, dass ich meinen sechsten Geburtstag im Stadion gefeiert habe. Es war bei Regen und bei einem 1-1 gegen Karlsruhe. Aber davor war ich glaube ich auch schon im Stadion. Und ich weiß nicht, wie viele von euch unser Maskottchen Bobby Bolzer kennen, aber da haben wir auch einen Kinder-Fan-Club im Bobby-Bolzer-Club. Und da bin ich auch schon seit Anfang an mit dabei gewesen. Also in die Wiege gelegt. Komplett. Ich bin es ja geworden, weil ich dann nach Regensburg gezogen bin. Also bist du schon mal der größere Edelfan. Ja, wie hast du vor allem die... Also wir sind ja eigentlich die beiden Vereine, die die Relegationen gewonnen haben. Wie sehr hast du das abgefeiert und wie schlimm war es für dich, ins Rückspiel mit 3-0 Rückstand zu gehen? Boah. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es immer noch nicht ganz realisiert. Wir hatten das letztens auch noch mal in unserer Gruppe beschrieben vom Podcast, dass wir gesagt haben, wir haben es immer noch nicht wirklich ganz verarbeitet. Ich weiß noch, ich war beim Hinspiel im Stadion. Das war wirklich mit eines der schlimmsten Spiele, die ich je angesehen habe. Da mit 0 zu 3 unterzugehen gegen Zweitligisten. Ganz, 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 ganz schlimm. Und dann habe ich erst probiert, noch Karten zu kriegen fürs Rückspiel. Aber habe die ja nicht bekommen. Und dachte mir dann so, ja, vielleicht ist es auch besser so, dass ich da nicht ins Stadion gehe. Und dann sitze du vor dem Fernseher und guckst dann da an, wie wir da noch gewinnen. Das war danach natürlich doch noch ein bisschen enttäuscht gewesen. Aber natürlich, ein ziemlich unfassbares Spiel. Das hat, glaube ich, wirklich keiner für möglich gehalten. Und danach ging es auch direkt ins Bermuda. Und dann war ich, glaube ich, auch erst um 5 oder so zu Hause. Die Mannschaft ist wahrscheinlich dann, wie habt ihr das gefeiert? Wart ihr die auf dem Platz oder so? Oder habt ihr einfach großartig nicht mehr gefeiert mit der Mannschaft? Weil es war ja dann trotzdem eine Abstiegsrelegation und keine Abstiegsrelegation. Also hättest du, also wären das andere Fans gewesen und ich wüsste nicht, was die da feiern, hätte ich auch gedacht, die wären Meister geworden oder so. Also wir haben ja unser Kneipenviertel so, das Bermuda-Dreieck und da waren dann alle Fans, da waren wirklich von Feuerwerk bis irgendwelche Pyrotechnik, also da waren wirklich wieder Tausende im Bermuda, wie beim letzten Abstiegs, nicht Abstiegs, als wir das letzte Mal die Relektoren, Mann, Klassenerhalt, so heißt das, als wir das letzte Mal den Klassenerhalt gefeiert haben, da war immer schon unser Kneipenviertel voll und dann irgendwann um eins oder so oder um zwei kam dann auch die Mannschaft noch. Die hatten da auch schon eine Bar gemietet und haben da auch allen Fans auch mitgefeiert und dann gab es am nächsten Tag auch irgendwelche Storys auf Instagram von Spielern, die da um sechs Uhr morgens dann langsam nach Hause taumelt sind. Von daher, das war auf jeden Fall schon eine dicke, dicke Party. Hört sich sehr, sehr geil an. Ja, was ja sich bis jetzt in die Saison reinzieht und auch für das DFB-Pokal aus meiner Sicht sehr, sehr interessant ist, ist euer Torwart-Chaos. Ihr habt es ja kurz davor Manuel Riemann suspendiert. Gibt es schon, ja, also hast du schon was gehört, warum es jetzt wirklich war? Weil es gibt ja viele Spekulationen drumherum. Ja, was sagt der Buschfunk? Ja, ich wollte gerade sagen, es gibt irgendwie so fünf verschiedene Theorien, was da passiert war. Also es hieß ja erst irgendwie Meinungsverschiedenheiten, dann hieß es Handgreifliches, dann hieß es, die Polizei war auch vor Ort. Also ich kann da nicht mal genau was zu sagen, weil ich nicht genau weiß, was da ist. Standes einfach nur Riemann ist weiterhin suspendiert und sieht so aus, dass jetzt bald wohl der Vertrag auch aufgelöst wird, aber mehr gibt es da eigentlich auch nicht. Also nichts Offizielles zumindest, was die Personalie angeht. Und ja, den habt ihr jetzt nicht wegtransferiert bekommen oder was, sondern ihr müsst wirklich den Vertrag auflösen. Ja, genau. Dann hat ja Lute übernommen, der dann auch einen Elfmeter gehalten hat, aber der stand da kurz vorm Karriereende und so habt ihr jetzt Timo Horn geholt. Ist das jetzt dann auch die nominelle Eins oder geht es dann auf einen Schlagabtausch? Also können wir davon ausgehen, dass Timo Horn im Tor steht oder nicht? Das ist ja auch nochmal interessant, weil wir haben ja noch zwei Torehüter diese Saison geholt, nämlich mit Patrick Drews von Karlsruhe, der auch schon vor ein paar Jahren das Bochumer Trikot auch getragen hat und halt Timo Horn jetzt von Salzburg und von den Testspielen aus sieht es eher so aus, als würde Drews die Nummer Eins werden, da wir auch jetzt vor einer Woche ein Blitzturnier hatten in Italien, wo wir gegen den FC Südtirol gespielt haben und gegen Bologna und da hat man schon gesehen, dass man im ersten Spiel mit der eher zweiten Elf aufgelaufen ist und im zweiten Spiel mit der ersten Elf und da war nun mal Timo Horn im ersteren Spiel und Drews im letzteren und deswegen würde ich eher davon ausgehen, dass Drews zwischen den Pfosten stehen wird. Ja schade, weil eben in meiner Recherche habe ich mir nämlich gedacht, oh Timo Horn und vor allem dachte ich mir halt, okay, wenn ihr so einen Namen holt, wird der schon auf die Nummer Eins, aber gut, dass wir reden und der hat halt zweimal gegen den Jahren im DFB-Pokal verloren, ich weiß nicht, ob sich alle meine Hörer damit auskennen, 6 zu 5 nach Elfmeterschießen jeweils, einmal 221, einmal 222, Köln ja eh immer ein gutes Pflaster für uns im DFB-Pokal, deswegen würde es mich natürlich freuen, wenn ihr trotzdem wieder Timo Horn reinstellt und es zum Elfmeterschießen kommen würde. Kurz Werbeunterbrechung und einen fetten Dank immer noch an unseren Kooperationspartner, dem Rebest Fitness Club in Regensburg und wir ändern ein bisschen unsere Preise, die es gibt, wenn ihr euch über den 1889FM-Podcast anmeldet. Ich habe heute mit dem Adrian, einem der beiden Inhaber vom Rebest, telefoniert und ihr habt euch eure Trikots abgeholt. Danke auch dafür, dass ihr euch über den Podcast anmeldet, das gibt mir einen besseren Verhandlungsspielraum und wer sich jetzt anmeldet und ein Abo abschließt, bekommt nicht nur die vergünstigten 1889FM-Konditionen, sondern auch zwei Sitzplatztickets, Müsst ihr dann mit dem Adrian ausmachen, für welches Spiel und wenn ihr euch bis zum 15.09. anmeldet, kommt ihr noch in so einen Lostopf und unter allen Anmeldungen, die über den Podcast zum Rebest Fitness Club gekommen sind, werden nochmal zwei VIP-Tickets verlost und das ist ja schon eine geile Sache. Also anmelden und in den Lostopf reinkommen, wie ihr das Rebest Fitness Club kontaktiert, findet ihr in den Shownotes, das geht per Telefon, WhatsApp, Kontaktformular und so weiter und natürlich könnt ihr auch vorher ein Probetraining veranstalten oder euch erstmal eine 10er-Karte kaufen, wie ihr wollt und jetzt geht es weiter in der Folge. Ansonsten, wie sehr bist du zufrieden mit eurer Transferphase? Wir sehen, ihr habt natürlich Abgänge, die wehtun, aber ihr habt ein abenteuerliches Scouting oder was heißt abenteuerlich, aber ein gutes Scouting, sehr gute Spieler ablösefrei, aber aus verschiedensten Ligen geholt, also ihr seid da offensichtlich international gut aufgestellt. Also, unser Scouting die letzten Jahre bestand eigentlich eher aus Dortmund-2-Spielern. Es wird oftmals so belächelt, weil wir echt viele Spieler aus der Jugendarbeit von Dortmund geholt haben. Diese Saison auch wieder einen mit Samuel Bamba, links aus ein junger Spieler, 20 Jahre alt. Ansonsten, ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich das bewerten soll. Man hat natürlich wirklich zwei, mindestens zwei Kracher geholt mit Ibrahim Asisoko von Straßburg und Dani De Witt von Alkmaar. Das sind wirklich auch Spieler mit 6 Millionen und 5 Millionen Marktwert, die natürlich auch sofort weiterhelfen, vor allem bei einem Spieler wie Toto Lozier auf der 6, unserem Kapitän, der nun mal aber auch 38 Jahre alt ist. Und mit einem wie Stöger, der jetzt weggewechselt ist, ist natürlich Dani De Witt auch ein guter Ersatz, wo man aber auch sagen muss, man weiß nicht genau, welche Position er jetzt wirklich genau einnimmt, ob er jetzt die 10er-Position ausfüllen wird oder doch eher als 8er agieren wird. Man hat natürlich auch wirklich schwere Verluste gehabt mit Takuma Asano, Osterhage, Antwi Ajay, die jetzt auch nicht mehr dem Kader angehören. Deswegen würde ich sagen, dass vor allem unsere Offensive, was linksaußen, rechtsaußen angeht, ist wirklich noch ein bisschen sehr brückelig, weil man hat da wirklich aktuell nur einen Gerrit Holtmann, der jetzt von der Laie zurückkam, aus Darmstadt, ein Bamba, der jetzt von Dortmund 2 gekommen ist und ein Moritz Bronik vertengt, der letzte Saison auch noch nicht wirklich sich beweisen konnte im Kader. Und ja, also es ist noch viel Arbeit zu tun und der Kader hoffentlich ist, stand jetzt noch nicht wirklich vollständig. Also es ist noch ein Mini-Umbruch, könnte man beschreiben und vielleicht können wir uns darauf ja hoffen, dass ihr zum ersten Spieltag noch gar nicht so eingespielt seid. Ja, darauf könnt ihr auf jeden Fall hoffen. Dann fand ich es dann auch ganz irgendwie interessant, dieser Ivan Ordez, der war ja mal bei euch, dann ist er zwei Jahre irgendwie in Moskau verschwunden und jetzt habt ihr ihn wieder. Hast du da mehr Infos für mich? Ivan Ordez war durchgehend bei uns die letzten Jahre, weil das war so, dass, das war ja beim Kriegsausbruch in Russland und der Ukraine, war es so, dass die mit einer Sonderklausel weg konnten, also aus Moskau weg und deswegen haben wir ihn glaube ich irgendwie sehr, sehr günstig ausleihen können und dann haben wir noch einmal die Laie verlängert und jetzt haben wir ihn ablösefrei geholt, also er war durchgehend bei uns. Achso, dann habe ich es nicht ganz verstanden, wie das in dieser Tabelle dargestellt wurde. Dann noch ein interessanter Nebenfakt, ihr habt uns einen quasi weggeschnappt, der immer wieder gefordert wurde, aber nur wegen seinem Namen, Niklas Jan, ist von Nürnberg zu euch gewechselt und eigentlich hätten wir das Vorkaufsrecht haben sollen, finde ich, allein wegen dem Namen. Ja, das glaube ich euch. Aber ansonsten ist er natürlich eher so ein Ergänzungsjugendspieler, schwierig, oder? Also der wird jetzt nicht den Unterschied machen. Wollte ich gerade sagen, also ich habe jetzt auch noch nicht wirklich viel von ihm gesehen, von daher kann ich jetzt auch gar nicht wirklich was zu ihm sagen. Ich glaube, das ist ein junger Mann, der immer gut zu haben ist, vor allem, wie ich gerade gesagt habe, auf einer Position, wo aktuell unser Stammspieler 38 Jahre alt ist. Es ist natürlich gut, da auch Junge in der Hintern zu haben und wenn man den auch langsam aufbauen kann, glaube ich, wird das auch ein sehr, sehr guter Spieler werden. Ja, sowas ist natürlich immer Wundertüte, vor allem, wenn jemand vom Klub kommt, nicht, dass er den das Deppengehen mitgenommen hat. Deine Erinnerungen vielleicht zu Degensburg, du hast gesagt, normalerweise, wir haben ja vorhin deinen Podcast aufgenommen und du hast gesagt, normalerweise sind deine Erinnerungen nicht ganz so gut, aber vielleicht kannst du ja nochmal dein Herz ausschütten. Ja, sehr gerne. Also, wie gesagt, das habe ich gerade schon einmal erwähnt, ich bin mir nicht ganz sicher, wie das wirklich faktisch belegbar ist. Allerdings habe ich wirklich sehr, sehr schlechte Erinnerungen an Regensburg und das war wirklich sehr lange Zeit mein Angstgegner und wie ich nach der Pokalauslösung gesehen habe, ist es immer noch mein Angstgegner, weil ich habe mich direkt wieder nicht gut gefühlt, als ich den Namen gesehen habe. Ich habe nur diese eine wirklich prägnante Erinnerung in meinem Kopf, das weiß ich noch, das war erstes Spieltag, zweite Bundesliga und da haben wir in Regensburg gespielt und da haben wir 3-1 verloren. Das ist mir so im Kopf, das ist das Einzige wirklich, also nicht böse gemeint, aber das ist mit das Einzige, was mir bei Regensburg direkt in den Kopf schießt und deswegen ist Regensburg irgendwie so ein kleiner Wunderpunkt für mich. Ja, hoffentlich wird es wieder so sein, auch unser einziger Pokal, unser einziger Aufeinandertreffen im Pokal 2004, glaube ich, wenn mich jetzt, ich sehe es auch nicht, ich hätte es mir vielleicht aufschreiben sollen, aber da haben wir glaube ich 2-1 gewonnen, aber auch mit Spielern, wo nicht mal ich kenne, das kennen wieder nur die ganz hartgesottenen, deswegen, ja, ich erhoffe mir natürlich einiges, aber ihr seid natürlich auch ein schwieriger Gegner, für uns aber wahrscheinlich, ja, der machbarste, der im Topf war, und wir sind eigentlich für euch wahrscheinlich eher der unattraktivste, der im Topf war, deswegen vielleicht kannst du dir mal noch kurz sagen, wen hättest du dir lieber gewünschen und, ja, was hast du zuerst gedacht, als Regensburg gezogen wurde? Ich wollte gerade nochmal sagen, 2004, da war ich nicht mal geboren, also da kann ich dir gar nichts zu sagen, aber, ja, ich finde es schwierig zu sagen, wen man sich wünscht beim DFB-Pokal, natürlich wünscht man sich auf jeden Fall ein Team, wo man gewinnen kann, aber das ist halt nun mal jedes Team, vor allem im zweiten Lostopf, ich habe halt erste Runde DFB-Pokal ist für den VfL immer ein bisschen schwierig, also man hat da wirklich schlechte Erfahrungen gemacht, also man hatte da Spiele gegen Weiche Flensburg, wo man rausgeflogen ist, ich war letztes Jahr in Bielefeld, da sind wir rausgeflogen im Elfmeterschießen, dann gab es Spiele, wo man wirklich ganz knapp 3-2 gegen Baunatal gewonnen hat, also ganz ehrlich, da hätte wirklich jedes Team kommen können und man wäre da mit ein bisschen Angst ins Spiel gegangen, von daher kann ich jetzt nicht mal genau ein oder zwei Teams nennen, worauf ich mich jetzt gefreut hätte, natürlich gibt es schöne Auswärtsfahrten, wo man richtig Bock hat, natürlich, ohne jetzt respektlos zu klingen, war jetzt Regensburg nicht das Erste, was mir in den Kopf gekommen ist, aber ich glaube, jeder Auswärtsfahrer vom VfL wird auch Spaß haben in Regensburg und deswegen, ich glaube, das wird auf jeden Fall eine coole Partie, ich freue mich drauf und ich glaube, das wird auch leider aus Sicht von Bochum Duell auf Augenhöhe und ein sehr spannendes Duell. Ihr seid ja jetzt mittendrin in der Vorbereitung und habt ein paar Gegner gehabt, die man kennt hier, so Rot-Weiß-Aalen, Alemannia-Aachen, aber dann wird es ein bisschen speziell, ihr seid gegen Calcio und spielt noch gegen Le Havre, ja, wie sehr bist du zufrieden mit eurer Vorbereitung und mit der Auswahl eurer Gegner? Ja, also das ist immer ein bisschen schwierig, beim Vorfeld ist es eigentlich meistens so, dass man erst gegen kleinere deutsche Teams spielt und dann haben wir mein Trainingslager in Südtirol, in Bruneck und da sind es eigentlich immer die gleichen Teams, auf die man trifft, also das ist meistens Bologna, Spezia und noch irgendein kleineres italienisches Team dieses Jahr war es noch Südtirol, also der FC Südtirol und das sind natürlich immer Teams, wo man jetzt nicht so perfekt testen kann, weil die Nummer nicht immer auf einem gleichen Level sind, also wenn man jetzt zum Beispiel gegen Felbert spielt oder gegen FC Südtirol, was natürlich auch ein unterklassiges interlinksisches Team ist, aber da macht es natürlich noch mehr zu, also macht man sich natürlich noch mehr Sorgen, wenn man gegen so ein Team dann auch noch verliert, was wir auch vor einer Woche gemacht haben, jetzt gegen Le Havre, ich bin sehr gespannt, wie es da laufen wird und ja, aber wir haben immer gesagt, also das hat mein Bruder und ich immer gesagt, es ist ein schlechtes Omen für die neue Saison, wenn man jedes Testspiel gewinnt bei uns, also man freut sich da eher, wenn man jedes Testspiel verliert, weil das heißt dann eher, dass es eine gute Saison ist. Ja, sowas bei uns früher auch, aber dann hat sie irgendwann mal geswitcht und die letzten Jahre war es eher so, wenn die Vorbereitung gut war, war auch die Saison gut, also das heißt, ihr seid öfters in Südtirol, wahrscheinlich wegen dem Wetter und den Trainingsbedingungen. Ja, du hast vorhin gesagt, die Auswärtsfahrt, da wollte ich eigentlich noch einhaken, jetzt mache ich es halt ein bisschen verspätet. Glaubst du, macht die einen Auswärtsblock voll oder wird es vielleicht doch noch ein paar Leere, Plätze geben? Ich hoffe es, ich weiß gar nicht, wie viele sind da, 1.500 bei euch? Ja, ich glaube sogar 1.800, weil, ja, wir haben zwar ein 15.000-Mann-Stadion, aber die Auswärtskapazitäten sind darauf ausgelegt, als wären die Ecken schon zugebaut und dann hätten wir 18.000 und dann haben wir, glaube ich, deswegen mit Absicht den Auswärtsblock ein bisschen größer gemacht. Also 1.800 gibt es, also kommt nach Regensburg. Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube, es wird ein bisschen schwierig, weil halt Sonntag und auch eine etwas längere Strecke, aber ich glaube, dass auf jeden Fall viele Bochum mal mitkommen werden und auf jeden Fall auch einiges an Stimmung machen werden. Ja, da freue ich mich auf jeden Fall und dann vielleicht noch dein Tipp zum Spiel. Wie geht's aus? Ach man, ich bin in sowas sehr, sehr schlecht. Ich hoffe natürlich, dass es ein erfolgreiches Spiel für den VfL wird, aber ich glaube, das wird auf jeden Fall ein sehr, sehr schweres Spiel. Ich glaube auch, dass Regensburg einige Chancen haben wird und muss man einfach hoffen, dass wenn Andreefs oder dein geliebter Timo Horn dann doch eine gute Partie macht und ja, ich gehe mit ein bisschen Angst rein und mit sehr viel Respekt vor Regensburg, aber wenn die Mannschaft Bock hat an dem Tag, glaube ich, kann es auf jeden Fall am Ende ein gutes Ergebnis für uns werden. Dann vielleicht noch eine Quatschfrage. Dein Lieblingsbayerisches Bier? Boah, ich kenne mich da nicht mal wirklich aus. Ich weiß, also, nenn mal ein paar Marken, nenn mal ein paar Marken, aber ich kenne mich da wirklich nicht so gut aus. Ja, die Frage ist ja, ob du überhaupt ein Bier trinkst. Also zum Beispiel Augustina ist ja sehr bekannt. Dann Paulana ist auch sehr bekannt. Aber was ja aus der Gegend ist, aber das kennt man wahrscheinlich. Also Bischofshof ist unser Sponsor. Eichhofener, Nappäcker, Schierlinger. Also wir sind ja sehr stolz auf unsere helle Biere. Was trinkst denn du so? Helles ist schon sehr gut. Also ich weiß nicht, ob du schon mal ein Vieh geprobiert hast. Ich weiß gar nicht, was es bei euch im Medienraum gab, aber das war auch nicht schlecht. Müsste Viege gewesen sein auf jeden Fall. Also das ist dann wieder eine Sache, wo wir sehr, sehr stolz drauf sind. Auf unsere Bauerei. Was ist das? Ist das ein helles oder ist das ein Lager? Oder was ist das? Wir haben alles. Wir haben Pilz, helles, Zwickel. Also da ist sehr, sehr viel dabei. Da haben wir eigentlich jede Sorte. Dann müssen wir eigentlich bei solchen Spielen keine Wimpelübergabe machen, sondern Kastenbierübergabe. Das wäre doch toll. Können wir auch mal so machen. Ich schicke dir zwei Viege und du schickst mir zwei von deinen Dingern und dann machen wir ein Tasting in der nächsten Folge, nächste Saison, wenn wir beide in der zweiten Liga sind. Ja, Deal. Sehr gut. Dann danke für deine Einblicke. Danke, dass wir sein durchziehen. Kein Problem. Danke für... Ja, ihr... Es war ja eure Initiative. Ich will es nicht auf meine Kappe schreiben. Also gut, dass ihr euch gemeldet habt und danke für die Aufnahme und wir trinken mal ein Bier zusammen. Das machen wir. Viel Glück euch, ne? Und danke, dass ich hier sein durfte. Und noch ein Blitz Unterstützer-Dank. Es sind seit der letzten Folge einige Spenden eingegangen. Es ist wieder angelaufen. Danke dafür. Ich habe jetzt nicht alle eure Namen rausgesucht. Das wird es bei der nächsten oder übernächsten großen Folge, werde ich dann wieder ausführlich auf alle Unterstützer eingehen. Schreibt also, was ins Betreff, wenn ihr genannt werden wollt oder wenn ihr was Witziges mitzuteilen habt. Wenn ihr eure Adresse in Betreff schreibt und mindestens 5 Euro spendet, bekommt ihr ein kleines Sticker-Paket zugeschickt. Da müsste auch eins rausgegangen sein. Wenn euer's untergegangen ist oder von der Post verschluckt, dann meldet euch einfach. Ich schicke's gerne nochmal raus oder wieder raus. Nicht, dass was untergegangen ist. Also fettes Merci für eure Unterstützung. Ohne das könnte ich's wahrscheinlich gar nicht stemmen. Ich hab gestern fast den halben Tag in einem blöden Aftermatch-Talk geschnitten und heute eben die Aufnahme und das Schneiden. Vor allem das Schneiden macht schon viel Arbeit oder mehr Arbeit, als ich mir wünschen würde. Deswegen danke für eure Unterstützung. Sonst müsste ich in der Zeit wohl doch programmieren. Und wie ihr den Podcast unterstützen könnt, natürlich in den Shownotes oder einfach auf 1889fm.de schauen. Da gibt's dann im Menü den Punkt Unterstützen und das geht über Paypal, Überweisung oder ein Steady-Abo. So und das war's jetzt wirklich. Bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö. Tschö. Tchö, tschö. Tchö, tschö. Tchö! Tchö.